Natürlich ist mir Sicherheit wichtig, aber um ehrlich zu sein, ich denke auch nicht den ganzen Tag dran. Ich verbringe eine Menge Zeit auf der Straße. Ich bin eine Stunde zu meiner Arbeit unterwegs und ich sehe viele Dinge, die dort draußen passieren. Gewagte Überholmanöver, Menschen, die am Steuer telefonieren, Spurwechsel ohne Blinker. Es ist doch so, wer sicher fährt, ist sich dessen bewusst, was um ihn herum passiert. Zum Glück habe ich in meinem Insignia einen aufmerksamen Beifahrer, der Sachen sieht, die ich vielleicht übersehe. Zum Beispiel mit dem Tote Winkel war oder dem Rückfahrassistent. Die bringen es wirklich. Ich bin auch oft im Dunkeln unterwegs. Deshalb finde ich die Scheinwerfer super. Die reagieren automatisch auf verschiedene Lichtsituationen. Wenn ich mehr sehe, dann bin ich entspannter. Und wenn ich entspannter bin, fahre ich sicherer. Und genau das erwarte ich auch für meine Familie und mich.